Wo kann ich denn mein Gepäck ablegen? Würden Sie vielleicht die Gepäcklupen öffnen? Guten Tag, Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Auf geht's. Hallo? Ist das... Tut mir leid. Aber Sie fahren ja gar nicht in meine Richtung. Guten Tag, das ist sehr freundlich. Tag. Auf geht's. Grüezi. Mein Ticket. Vielen Dank. Grüezi. Danke sehr. Hi. Sie... Ciao. Tag. Ciao. Hallo. Dankeschön. Ciao. Ich hoffe, ich bin... Ciao. Grüezi. Ich danke schön. Grüezi. Könnte ich bitte ein Ticket bei Ihnen kaufen? Danke sehr. Mahlzeit. Mein Ticket. Danke sehr. Kein Problem. Ich komme schon zurecht. Mahlzeit. Mein Ticket. Danke. Grüezi. 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 Das war's für heute. . 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.